Und Servus, Willkommen zurück in der nächsten Folge von Rocket League. Wieder mit den selben Vollidioten wie gerade eben. Auf gar keinen Fall macht ihr das, weil ihr bleibt schön bei uns. UNTERMENSCHEN! So ein kurzer Vorsprung für euch, mehr bekommt ihr nicht. Das war nicht ich, das war Darkie. Verdammt! So und wie gesagt, habt ihr gehört, der andere nimmt auch nur auf. Von die anderen. Dann könnt ihr das alles aus meiner Perspektive sehen. Mit dem ganzen Rumgefly und nicht. Ja hallo, du lädst das eh nie in deinem ganzen Leben hoch. Deswegen nehme ich auf. Nein, am Ende heißt es ja nur, dass es eine Scheißaufnahme und dann löscht er alles. Bei jeder Aufnahme, die wir machen die gar nicht aufnehmen, am Ende heißt es die Scheiße. Du bist eigentlich komplett behindert? Du fragst gerade Darkie. Du fragst ihn gerade ernsthaft, ob er behindert ist. Ja gut, okay. Ach, kannst du ehrlich, Marcel, man muss mit dem Spiel gerückt fallen. Einmal sollst du mich nicht behindert nennen und dann tust du es. Alter Marcel, der war alles. Abschlauch! Alter, ja. Ich war so on fly, man. Der war richtig fly high, to the sky, knock knock. Ja, geh weg Darkie! Hu, bitch, get out. Outplayed! So, jetzt haben wir erstmal Darkie weggekickt, weil er darf kein Tor haben. Outplayed! Was hat Daniel denn jetzt schon wieder? Daniel hat einen Outplay-Anfall. Alter! Das war knapp. Daniel, das war auch extrem gut. Boah, Daniel, das war noch besser. Ich weiß, der ist jetzt nervös. Junge, er befestigt. Nein! Nein! Hier sind alle Lappen außer ich. Sag... Sag der Letzte! Hehehe, mit 5 Punkten. Ich bin ganz ehrlich. Okay! Jetzt bin ich der Letzte mit Daniel. Aber ich hab mir... Warum mit mir zusammen? Du bist der Letzte. Wir haben beide 80. Aber ich hab einen Schuss, das heißt, ich hab auf jeden Fall schon mal bessere Arbeit geleistet als du. Nein, aber ich hab... Ah, ganz ehrlich. Ich hab die Fresse. Ah, komm. Hier gesnurrbare Liebe untereinander. Oh, Daniel, du bist Letzter, du Spassi. Schlecht. 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 Das, glaube ich, mir ist aber nicht gefallen, warte. Ach, das geht zu weit, Daniel. Der macht mich wieder weg. Ach, komm. Ach, komm, Daniel. Ach, komm, Daniel. Ja, Mann. Ich hab Freunde bekommen. So, jetzt ist Daniel Letzter. Warte mal. Ja, ich mach jetzt nochmal... Äh, nuclear jetzt. Schlecht. Ja, ja, ja. Ich will be nuclear live. Hey, wake up. Äh, Sharp. Du kannst das schon überspringen, das ist dir bewusst, ne? Ich glaube ich nicht. Er redet wahrscheinlich nicht mehr Deutsch. Egal. Er heißt Sharp, also heißt es auf jeden Fall, dass er Deutsch sprechen muss, weil Sharp auch ein deutsches Wort ist. China weiß. China weiß. Nein, das hieß Schabrisch weiß. Äh, Sch... Ja, boah. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ich hab auch perfekt gespielt. Natürlich. Was erwartest du denn von den Anderen, Mann? Hallo, einer von euch ist Letzter. Wildkröte hat nur Punkte. Aber das ist Daniel. Daniel ist nur die große Ausnahme. Der ist auch gerade AFK gegangen. Nein, der war gleich wie er gekriegt. Jetzt nicht sein Ernst, oder? Der war gleich wie er gekriegt. Boah, der Junge ist auch echt... Alter, halt den Mund. Das ist so... Alter, halt den Mund. Meine Eltern machen kurz ein bisschen Nazis. Schöne Aufnahme, wa? Ja, das ist immer so. Aufnahme ist im Arsch. So. In jeder Aufnahme ist es bei ihm so. Dann kommen auf einmal seine Eltern rein, sein Bruder schreit rum. Er macht nur eine halbe Stunde weg. Das ist so geil, ne? Ja. Der ist so geil, ne? Der ist so schlimm. Er ist so schlimm. Er ist so schlimm. Er ist so schlimm. Der ist so schlimm. Das ist so geil, ey. Das ist so geil, ey. Gar nichts zu diesem Zug ist allgemein. Die Beste im einen ist, übersteuert er total. In dem anderen ist die Musik. Oh, ich sag das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ich hab' meinen Scheiß-Mikronen in meinen alten Bezieh. Das tut nichts zur Sache. Doch, das tut sowas auch nichts zur Sache. Und mit was rendert ihr? Mit Sachen. Mit Sachen. Das tut mir leid. Ich hab' so ne Schere. Ich hab' die Schere auf dem Tisch rumliegen. Ich bleib' immer so in mein Speicher. Ich hab' die Schere auf dem Tisch rumliegen. Ich hab' die Schere auf dem Tisch rumliegen. Das tut mir leid. Ich hab' die Schere auf dem Tisch rumliegen. Nein, das hat auch nie einen Grund, warum der plötzlich einfach was kickt. Äh, sollen wir gleich mal ihn rufen? Kickt ihn! Lass ihn kicken! Ja gut, schneid er immer mit der Schere, aber... DAKI! So gemacht, ich glaub's. Oh mein Gott, Schildkröte, was machst du denn? Daniel! Warum ist es auch immer so ruhig, Mann? Ich glaube, Daniel ist umgefallen. Der ist umgeknüpft, Daniel! Hörst du ja nur noch, der Eltern, Daniel, Daniel, Daniel! Hörst du nicht da? Hörst du nicht da? Das hat er mit der Aufnahme. Ich kann das nicht spielen. Ja, du hast deinen Tisch umgekippt. Dein schein Tisch umgekippt. Was ist das? Was ist passiert mit der zweiten Aufnahme? Weißt du, was auch in jeder zweiten Aufnahme passt? Dass Niklas seinen Schreibtisch auf seiner Scheißwand befestigt wird. Das ist der letzte Aufnahme. Der wird halt gekickt. Der letzte November Games Aufnahme, die leider gelöscht wurde. Niklas so. Man hört nur so ein Geräusch. Der sagt Niklas. Oh shit. Mein Schreibtisch ist denn aus der Wand gebrochen. Ich muss den mal wieder einbauen. Ist der so kurz ab. Hört man so ein bisschen was klopft. Oh, alles klar, Mann. Ey, ey, wir dürfen jetzt nicht verlieren. Wir verlieren das noch. Daniel kriegt euch raus. Das heißt, dann ist Philipp hier der letzte. Okay. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass Daniels Zimmer gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, Küche oder so ist. Weil seine Mutter ständig drin ist. Oh. Vorurteil von Frauen wieder hier. Ihr Gott, nur in der Küche. So. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, das macht diesmal als Einzelfolgetitel. Lebt Daniel noch? So. Bis jetzt in der nächsten Folge. Bis später.